Hallo GEMA-Freunde, Freunde der leichten Unterhaltung. Da sind wir wieder. Heute ist Leon Kennedy dran, also Leon Scott Kennedy. Wie gehabt, auf Wärmrunde und dann kommt die Siegerrunde. Manchmal ist ja auch die Runde besser, wo man nicht gewinnt oder knapp verliert, aber das ist sehr unterschiedlich. Weil die Gegner sind auch sehr unterschiedlich, die Lobbys. Also, genießen, bis später. Servus. Was? War. Untertitelung in Auftrag des ZDF, 2020 Oh, 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 oh. Die Runde läuft echt gut. Da vergesse ich doch, meine Knochen zu laden. Und zack, schön tot. Aber läuft echt gut jetzt im Moment. Eigentlich hätte ich die Runde schon gewinnen müssen. Aber naja, machen alle mal Fehler. Und in der Aufregung bleibt einfach nicht aus. Die Runde läuft echt gut. 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 Ja, das war sehr knapp. Aber kann man nichts machen. Trotz 6 Kills. Naja, war ja eine gute Lobby. Und jetzt gehen wir ins Dorf zur Finalrunde. Lass uns besser aus. Wow. Ja, aber... 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 Ja, aber...